und auch hier ich bin ich bin du wirst nichts die Lübe noch 5 du liefst aber ich glaube ich nicht bin ich glaube Schumpfung so wird es um auf den würde, dann werde ich mich dann nicht aufheben. Ich schwöre euch irgendwas kaputter, oder? Ey, du Hurensohn! So, das ist gesassbar. Du kannst die Füße mit den Kleinen lernen, du machst. Oh, das ist richtig. Was wird das? Deaktiviert. Toll! Deaktiviert. Ja, gut. Die hat irgendwie Scham und wildes Rückgrat der alliierten Truppen in der Normandie. Verbesserung an den Hauptgeschützeinkaliger von Maschinengewehrengrad. Einen Dreschweger. Einen Dreschweger. Einen Dreschweger. Einen Dreschweger. Einen Dreschweger. Ist ja nett. Entschuldigung. Na, Freude hat sie bestimmt. Ja. 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 Ja, das schlug im Kätzchen. Schon so. Passt mal auf, Kollege. Du musst dir erstmal hier. Oh, drei, 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 zwei. Ich hoffe, wir sind jetzt hier. Die Brücke ist zur Hälfte repariert, weiter so Pioniere. Die Brücke ist fast fertig, zum Sturm auf die Stadt bereit machen. Die Brücke ist repariert, kümmern wir uns um den Dockplatz. Pioniere bereit! Panzerabwehr bereit! Wir sind da! Hat jemand einen Greyhound angefordert? Ja, aber ich bin schon mal gehört. Gott, hier, wenn ich bin und ich bin und ich bin und ich bin gefuckert. Also ich jetzt. Also ihr? Ganz langsam. Jeder kommt über die Grecke. Jeder schafft es. Es ist so schade. Wollticht? 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 Jetzt mit dir muss ich das auch machen. Wollticht wir was machen wollen? Wollticht wir was ausgeschlagen haben! Weiß hably nicht. Geil, der Schuss ist raus, du, das mag ich auch immer, das ist lustig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war nütz. Wo sind die Tür drungen? Gut, die fehlen. So. Und Stuhl. So, Quatsch, bitte ja gar nicht. Vergessen. Idioten, kann ich mal sagen, dass auf den Punkt hernehmen wird. Dafür kann man das auch nicht. Oh, ich geh immer ins Club. Will jetzt gleich. So, mindestens ein Kilo leuchter. Voll ein Treppchen. So lange, wie ich nicht... Du, du Ding, den Krieger. Nehme ich das auch nicht ein. Ah, das... Ne, das sehe ich nicht ein, dass ich dann nachher noch... ...voll eine Frisse kriege oder... Ne, mach ich einfach mal zwei Sachen. Ach so, oh, witz. Du kannst ja gar nicht stimmen. Ne, der wird bestimmt alle. Wie macht ihr... ...bei... ...gar nichts? Die Deutschen dürfen dieses Zeug nicht in die Finger bekommen. Das Teilschnauflager kann auf uns. ... 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 Ja, wer ist der Papa, hä? Hä, wer ist der Papa? Ja, ja! Deine Mutter! So, das musst du sagen. Ähm... Ich weiss mich ab, boah, ich fuhre gerade im Moment her. Okay, von mir aus kann es losgehen. Du bist die ja da sind. Nein, ey, was! Ey, die sind so selten dämlich. Das habe ich ja nie erlebt, wie wir so selten dämlich sind. Die machen dem Panzer echt noch Wege frei. Oh, das ist nicht dumm, das ist voll behindert. Erstmal hier, woher ich da bin. Immer eine, ja. So kann er jetzt überhaupt nicht hin. So, ich schnapp mir die Waffe, okay? Das ist flex, das ist ein Ruck, 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 Ruck. Oh, ich will nicht mehr überlegen. Dann mach hier noch mal ein Ding, hier kann ich auf der Fallen. Und dann pionieren da, die genauen die, halt, größer nicht weiterhoben. Spaß. Ich will mal gern was wissen. Äh, gucken. Genau, zahn, kann man so groß sein. Ja, war ja auch nichtiger. Äh, noch Zeit dafür. Das war's. So, wo waren wir jetzt in der Pioniere damit? Achso, ihr wollt beide daran. Ähm... Was? Tötet sie. Geht doch. Ich guckte nämlich ob hier, weil die beiden ungefähr hier so... Ne, weil die Verpläser auch schon da sind. Äh, wenn, hihi, dann will ich gleich mal anfangen, aber vernichtet. Ich kläre mir den über die Gemaden. So, läuft. Oh. Nein, einer von euch Idioten. Wie kann man hier so tun? So. So. Ich muss jetzt mal rein. Das gleiche wissen. So. 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 Alles schon eingezäunt hier. Oh, keine Angst, der herkommt. Oh, alter ich hier. Komm, alter ich hier. Komm, jetzt los. Komm, jetzt los. Komm, jetzt los. Oh, jetzt will jemand Theora hat sich aufgehangen. Oh, scheiße, Alter. Hallo? Was soll denn das? Mann. Weiß die? Ja. hallo was soll das scheiß ich hab doch das gar nicht gemacht ja das war jetzt nicht ähm ich mein den kack haben wir mal korruption ey jetzt kann ich nur in diesem kack kleinen bildschirm ich bin fertig wie ein verarschtiger hallo ich kenne an der rechte sauerwelt das bin ich ey meine fressen noch mal guck mal draußen da schnall geht schon da ja toll hallo na super hab ich schon aufgehalten oder so hallo gerade ist mir zu haben mit dem auch noch und wieder abgeschmiert und hey die jahre hier hin das ist ja quatsch ich habe mir abgeschmiert um fast abgeschmiert und dadurch ist dann auch zu haupten was meine ganze aufnahme ist für den arsch ja hab erst zwei minuten gemacht auch immer mal war das nicht ganz so schlimm was aber wenn sie dann gut gut genau von und wir finden sich das mit Verwirkerungsnüt Machen wir nicht sehen, hören wir schon Wiedersehen Ufff. Ich wollte mich ja unbedingt was anlegen. Oh, es geht los und so. Tom, Tom. Ja. 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 Das ist schon geil, wenn du so durchfällig bist. Das ist schon geil, du. Das ist schon geil. Das ist schon geil.